Nachdenkseiten Die kritische Website Kriegspropaganda zur Disziplinierung der Heimatfront Von Alexander Neu Massenmedien sind eine Art Fenster zur Welt, so die Charakterisierung der Medien durch Walter Lippmann, ein US-amerikanischer Journalist und Publizist, der 1922 ein Grundlagenwerk des Journalismus mit dem Titel »Die öffentliche Meinung« veröffentlichte. Und dieses Fenster zur Welt sein ist umso mehr gegeben, je mehr die realen Ereignisse sich den Primärerfahrungen des Menschen und der Gesellschaft durch räumliche Distanzen entziehen. Soweit, so gut zunächst einmal. Allerdings beschränkt sich das Wirken der Massenmedien eben nicht allein auf die, zumindest im Anspruch nach, neutrale und objektive Identifikation, Multiplikation und Distribution von Informationen über reale Ereignisse. Vielmehr konstruieren Massenmedien bewusst subjektive Realitäten, Neudeutsch-Narrative, die sie als angeblich objektive Wirklichkeit publizieren. Und dieses Phänomen betrifft insbesondere die politische Sphäre. Massenmedien werden auf diese Weise zu politischen Machtfaktoren, Journalisten bisweilen zu Politaktivisten im Kostüm des seriösen Journalisten. Vorbei ist die Zeit, in der nur von passiver Medienmacht mithin der Instrumentalisierung der Medien seitens der Politik als politisches Sprachrohr gesprochen werden kann. Es geht zunehmend um die aktive Medienmacht. Sie beschreibt das Einflusspotenzial ja geradezu den Druck der Medien auf politische Entscheider und Entscheidungsprozesse. Der aktive politisch-mediale Machtfaktor ist allgegenwärtig, indes nicht demokratisch legitimiert. Selbstverständlich kann der mündige Bürger das Medium zwecks Informationsrezeption frei wählen, ARD statt FAZ oder RTL statt Stern etc. Die Informationsrezeptionsfreiheit des Menschen in unserem Land genießt sogar Verfassungsrang, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz und muss gegen jegliche Einschränkungen verteidigt werden. Was aber, wenn die Medien sich inhaltlich kaum unterscheiden, weil die Redaktionslinien ideologisch und gesinnungsethisch mehr oder minder identisch sind, wenn also nur die Hülle, indes nicht der Inhalt variiert? Und wenn sogar signifikant abweichende Medien verboten würden? Wenn also Informationen und Meinungen eng auf eine spezifisch ideologische Richtung hin kanalisiert werden? Wenn Faktenberichterstattung nach bestem Wissen und Gewissen, also die Einhaltung journalistischer Standards durch Haltungsjournalismus, das heißt journalistische Gesinnungsethik, ersetzt wird? Und wenn beide Faktoren, inhaltliche, haltungsideologische Eintönigkeit der Berichterstattung und Verbote abweichender Berichterstattung und Meinungen verbunden würden, dann entfiele die Grundlage für die Demokratie. Dann wäre die Dialektik der Antike, der Rede und Gegenrede mit dem Ziel des guten Erkenntnisgewinns der Wahrheitsfindung begraben. Die Aufklärung würde auf diese Weise durch die neuen Anti-Aufklärer mit dem Verweis, die Aufklärung schützen zu müssen, faktisch abgewickelt. Der politische Liberalismus, dem ein jahrhundertelanger Kampf zugrunde liegt, drohte zur bloßen Hülle zu verkommen. Kurzum, es stünde noch Demokratie drauf, aber es wäre keine gelebte Demokratie mehr drin. Schon vor 25 Jahren beobachtete der Publizistik- und Kommunikationswissenschaftler S. Rusmol ein um sich greifendes neues berufliches Selbstverständnis, nämlich der Moralisierung des Journalismus, der Journalist als der selbsternannte, die Gesellschaft erziehende Haltungsträger. Der Jugoslawienkrieg inklusive des NATO-Angriffskriegs beschleunigte diese Entwicklung hin zur Moralisierung der Medien. Die vordergründige Legitimation des NATO-Krieges gegen Jugoslawien war keine völkerrechtliche, wie auch. Es war eine vielmehr von Medien und Politik gemeinsam getragene rein moralische Rechtfertigung. Das Kernelement der Moral war der Rückgriff auf die de facto den Holocaust relativierenden Faschismus-Analogien. Die Serben wurden als neue Faschisten-Nazis etikettiert und die Albaner als ausschließliche Opfer gestellt in die Reihe des industriellen Judenmordes des deutschen Faschismus. Wie sonst sind die Auslassungen des damaligen grünen Außenministers J. Fischer zu Auschwitz und Serbien, so wie sein Vergleich S. Milosevic sei bereit zu handeln wie Stalin und Hitler, im Kontext seiner Rechtfertigung für die deutsche Beteiligung am NATO-Angriffskrieg gegen Serbien zu interpretieren? Wie sonst sind die widerlegten Behauptungen des damaligen SPD-Verteidigungsministers R. Scharping von einem KZ mitten in Pristina zu verstehen? Und auch so manche deutsche Medien scheuten sich nicht, mit Faschismus-Analogien Stimmung zu machen. Mit diesem neuen Selbstverständnis der moralisierenden und haltungstreuen Journalisten werde, so die Journalistin und Koordinatorin der Initiative Freies Wort Christine Horn, bereits Ende der 1990er Jahre, die Rolle des Journalismus in Politik und Gesellschaft neu definiert. So gäbe es seit geraumer Zeit in den USA und Großbritannien offene Diskussionen bei den Journalisten darüber, sich nicht mehr nur auf objektive Fakten Berichterstattung zu beschränken, sondern auch Verantwortung zu tragen, für die Opfer Partei zu ergreifen und Institutionen zum Handeln zu zwingen. Dieser moralisierende Zeitgeist ist zwischenzeitlich auf Europa übergesprungen. Es sei mir folgender Hinweis gestattet. Ob der haltungstragende und moralisierende Journalist tatsächlich von der Reinheit seines Gewissens überzeugt ist und sich somit selbst zum nützigen Idioten zeitgenössischer Machtpolitik degradiert, oder ob er vielmehr tatsächlich die Moral nur als Instrument zur Vernebelung der öffentlichen Meinung nutzt, um die machtpolitische Agenda insbesondere in der Außenpolitik doch bewusst mitzugestalten, ist wohl nur im jeweiligen Einzelfall zu klären. Vorkriegs- und Kriegspropaganda gegen Kritiker an der Heimatfront Wie bereits oben ausgeführt, geht es vielen Menschen um die soziale Konstruktion einer exklusiven Realität, nur einer Wahrheit mithin eines Narrativs, nämlich wir sind die Guten. Und wenn die Gefahr besteht, dass Medien und Politiker zu förderst alternative Medien und Politiker jenseits der selbsternannten Blase der Guten das kanalisierte Informations- und Meinungsspektrum mit einem abweichenden Narrativ aufzusprengen beabsichtigen und somit das mediale und politische Deutungsmonopol relativieren, dann wird bisweilen auf Maßnahmen zurückgegriffen, die einem demokratischen Verständnis zutiefst widersprechen. Über die Prinzipien der Kriegspropaganda gibt es mittlerweile einige wissenschaftliche Arbeiten. Auch meine Dissertationsschrift aus dem Jahr 2004 ist der Kriegsberichterstattung gewidmet. Eine wissenschaftliche Aktualisierung des Phänomens medialer und politischer Entleisungen, Diffamierungen, Beleidigungen etc. in Kriegs- und Vorkriegszeiten gegen Kritiker innerhalb einer Gesellschaft wäre sicherlich hilfreich. Nur welcher Doktorand und welcher Doktorvater würde sich das heute trauen angesichts der vergifteten Atmosphäre in Deutschland? Mediale Diffamierungstechniken Zu den neueren und neuesten Errungenschaften der Verundlimpfungen und Verleumdungen kritischer und antimilitaristischer Geister gehören die Begriffe »umstritten« sowie »auffällig« bzw. »fällt auf mit« sowie der Vorwurf des »whataboutism«. Wer von den selbsternannten journalistischen Sittenwächtern der Moral als umstritten gebrannt magt wird, dem wird die Redlichkeit, die Seriosität abgesprochen. Er oder sie wird aus dem Diskursraum entfernt, besser noch, er oder sie hat sich ja selbst ins ausgeschossen. Denn seine und ihre Aussagen sind es aufgrund einer angeblichen Absurdität oder gar Nähe zum Feind nicht mehr wert, diskutiert zu werden. Hierzu gehört, dass faktenbasierte Aussagen, die das herrschende Narrativ anzweifeln oder sogar bloßstellen, mindestens umstritten sind und mittlerweile sogar als Reproduktion des feindlichen Narrativs degradiert werden. Eine Fortsetzung der Diskussion ist dann kaum noch möglich und das ist ja auch Absicht. Wer also beispielsweise kundtut, die EU-Sanktionen gegen Russland schadeten Deutschland mehr als Russland, verbreitet dann ein Kreml-Narrativ. Die Gegner dieses vermeintlichen Kreml-Narrativs geben sich nicht einmal die Mühe, diese Aussage anhand von vergleichenden Wirtschafts- und Handelsdaten falsifizieren zu wollen. Es ist ein Kreml-Narrativ und damit ist die Debatte beendet. Basta! Nicht minder die Nennung der Vorgeschichte, insbesondere die NATO-Osterweiterung, des zweifellos russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Diese Vorgeschichte wurde anfänglich als verschwörungstheoretisch stigmatisiert, nun sogar als Kreml- und Putin-Propaganda abgewürgt. Die Diffamierungskampagne läuft ungeachtet der Tatsache, dass der NATO-Generalsekretär und nicht nur er diesen Zusammenhang in einer Rede vor einem EU-Ausschuss 2023 selbst erwähnte. The background was that President Putin declared, that they wanted NATO to sign, to promise no more NATO enlargement. That was a precondition for not invade Ukraine. So he went to war to prevent NATO, more NATO, close to this borders. Quelle NATO.int. Mehr dazu vor allem verlinkt mit Blick auf weitere westliche Bedenkenträger einer NATO-Osterweiterung. Auch werden die Forderungen einer sofortigen Waffenruhe und die notwendigen Verhandlungen für eine Friedenslösung, die die Sicherheitsbedürfnisse aller Konfliktakteure berücksichtigt, als Putin-Sprech verurteilt. Mit anderen Worten, diejenigen, die Frieden einfordern, müssen irgendwie im Solde Putin stehen. Zugleich wird behauptet, und hier wird die Absurdität besonders deutlich, Putin wolle keine Verhandlungen zu einer Friedenslösung. Ja, was denn nun? What about-tism? Eine beliebte Taktik in Diskussionen ist der empörte Vorwurf des What about-tism, also des Relativierungsvorwurfs des Vergehens der einen Seite durch Nennung gleichartiger Vergehen der anderen Seite. Beispielsweise, wenn in der Diskussion des völkerrechtswidrigen Krieges Russlands gegen die Ukraine der nicht minder völkerrechtswidrige Krieg der NATO gegen Jugoslawien 1999 genannt wird, womit eine Kontextualisierung der internationalen Konfliktlagen herbeigeführt wird, ganz nach der biblischen Aussage, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Dann kommt der empörte Vorwurf, man wolle das russische Vorgehen ja nur relativieren und verhöhne die gegenwärtigen Opfer in der Ukraine damit. Tatsächlich wird umgekehrt ein Schuh daraus, da die von der eigenen Seite produzierten Opfer marginalisiert werden. Diese Technik des What about-tism lässt sich leicht kontern, wenn man über genügend Fachwissen verfügt. Exkurs Fakt ist aber, dass mit dem NATO-Angriffskrieg auf das damalige Jugoslawien das Gewaltverbot der UN-Charta massiv gebrochen und so dann ein Präzedenzfall geschaffen wurde, den Russland nun ausnutzt. Und wer hoffte, der völkerrechtswidrige Krieg gegen Jugoslawien sei ein zu tolerierender Einzelfall ohne Präzedenzwirkung, der möge sich bitte an den Angriffskrieg der Koalition der Willigen, ironischerweise unter Beteiligung der Ukraine und der US-Führung gegen den Irak 2003 erinnern. Washington nutzte den 1999 selbst geschaffenen Präzedenzfall 2003 gegen den Irak. Wie praktisch. Zynischerweise könnte man von einem sich entwickelnden Völkergewohnheitsrecht sprechen, Drittstaaten militärisch überfallen zu dürfen. Jedenfalls liegt das konsensuale moderne Völkerrecht seit spätestens 1999 in Trümmern. Um dennoch den Anschein, eines globalen Ordnungsrahmens aufrechtzuerhalten, hat der Westen praktischerweise eine neue Rechtsform für den Rest der Welt kreiert und pocht auf deren Einhaltung, was der Nicht-Westen wiederum nicht so recht einsehen will. Die regelbasierte internationale Ordnung. Exkurs Ende Das Ziel des empörten Vorwurfs besteht darin, nur die genehme Hälfte des Gesamtbildes zu zeigen bzw. zu diskutieren und die andere, die unangenehme Hälfte, als nicht existent oder zumindest als nachrangig zu deklarieren. Es soll nur dieser eine Fall, dieser eine Krieg, dieses eine Massaker, diese eine Kriegspartei betrachtet werden, um ein endgültiges Urteil zu fällen, was natürlich auf die unterkomplexe Erfassung von Realität, hier die Guten, dort die Bösen, hinausläuft. Dieses binäre Schema funktioniert auch deshalb relativ erfolgreich, da es so manchem denkfaulen Zeitgenossen sehr entgegenkommt. Warum sich in komplizierte Realitäten eindenken, Kontexte ausleuchten, wenn es auch einfacher geht. Zumal sich positive und negative Images von Staaten und Gesellschaften über lange Zeiträume gepflegt, als relativ stabil erweisen. Der Serbe ist genauso hinterwäldlerisch wie der Russe. Dem Serben wurde während der Zerlegung Jugoslawiens eine genetische Präposition zur Gewaltanwendung nachgesagt, wie der Russe, der zwar aussieht wie ein Europäer, aber keiner ist, wie die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub 2022 in der Talksendung von M. Lanz als Expertise unwidersprochen zum Besten gab. Die neueste Errungenschaft im Kampf um das Deutungsmonopol, im Kampf um das alleinherrschende Narrativ ist, wie bereits oben genannt, das Adjektiv auffällig und fällt auf. So ist zum Beispiel Sarah Wagenknecht mit Blick auf den Krieg in der Ukraine schon mehrfalls mit Falschbehauptungen aufgefallen, so die Tagesschau vom 31. Juli 2014. Und auch in der Politikwissenschaft trifft es J. Wawig, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der seit Jahren mit russlandfreundlichen Positionen auffällt. Für das Verb auffallen werden beispielsweise folgende Synonyme im Duden genannt, bemerkt werden und Aufmerksamkeit erregen. Die Adjektivform auffällig beschreibt der Duden mit, die aufmerksamkeit erregend auf sich ziehend. Als Beispiele nennt der Duden ein auffälliges Benehmen, er ist schon mit 14 Jahren zum ersten Mal auffällig geworden, ist durch gesetzwidriges oder ähnliches Verhalten aufgefallen, ist also verhaltensauffällig, ein medizinischer bzw. psychologischer Befund. Und genau darum geht das. Der Person wird Verhaltensauffälligkeit, also ein psychisches Problem, unterstellt, da, so der Duden in ihrem Verhalten vom normalen Üblichen in auffälliger Weise abweichend. Auffällig ist also das Unnormale. Und was das Normale ist, bestimmen die Haltungsjournalisten, nämlich ihr Narrativ. Mit dem Verb auffallen wird auf subtile Weise dem Leser Zuschauer vermittelt, dass die mit diesem Verb beglückten Personen ein psychisches Problem haben. Der Medienkonsument möge bei psychisch belasteten Personen bitte nicht mehr hinhören und schon gar nicht dessen Äußerungen ernst nehmen. Diese Beispiele zeigen, mit welch harten Bandagen die herrschende Meinung um ihr Monopol kämpft. Als Kollateralschaden wird nicht nur die Spaltung der Gesellschaft hingenommen, sondern auch die Demokratie, der Kampf um die besten Argumente, fahrlässig gefährdet. Derzeit wird in Wiesbaden eine groß angelegte Plakatkampagne gefahren gegen das Online-Medium Nachdenkseiten. Die hessische Landeshauptstadt ist voll plakatiert mit Plakaten, heißt dann Putin-Propaganda in Deutschland und Verweis auf Nachdenkseiten und als angebliches Querfront-Medium. Diese Kampagne wird vom Bundesfamilienministerium finanziert über das Projekt Demokratie leben. Da würde mich interessieren, mit welcher Begründung finanziert das Familienministerium so eine Plakatkampagne gegen sich im linken sozialdemokratischen Spektrum verortenden Online-Medium? Demokratie leben ist ja kein Projekt, sondern ein Programm. Ich bitte um Verständnis für eine einzelne Förderung oder die Inhalte des einzelnen Förderungsbescheids hier nicht in Zeitpunkt ausgeben kann. Ich will das in der Wahl bringen und die Antwort nachreichen. Wie bewertet denn der Bundeskanzler, dass ein grün geführtes Ministerium mit hohen Steuergeldzahlungen eine Kampagne finanziert gegen Medium, dessen Herausgeber ein altgedienter Sozialdemokrat ist, der auch für Willy Brandt den Wahlkampf geleitet hat? Parteizugehörigkeit spielen bei sowas gar keine Rolle, aber die Kollegen aus dem WMFFJ hat ja schon gesagt, dass sie nicht selbst auskürzfähig ist, was den Hintergrund dessen betrifft. Ich höre das hier zum ersten Mal, kann Ihnen da auch keine erhellenden Hinweise geben. Ob die Selbstbeschreibung Ihres Mediums mit meiner Hand übereinstimmen wird, bin ich zweifelhaft, aber das ist auch nicht an mir das zu gut. Können Sie aber auch noch gerne nachreichen, Ihre Selbsteinschätzung. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.